Die 105-Division war ein Großverband der preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Geschichte Die Division wurde am 9. Mai 1915 bei Thun zusammengestellt und dann an der Ostfront eingesetzt. Ende Oktober 1917 aus der Front herausgezogen und in den Westen verlegt, kämpfte sie hier bis Kriegsende. Anschließend marschierte sie in die Heimat zurück, wurde demobilisiert und schließlich im Januar 1919 aufgelöst. Gefechtskalender 1915, 24. Mai bis 15. Juni Erster Aufmarsch an der serbischen Grenze bei der K.U.K. Armee Gruppe Terzjanski 23. bis 27. Juni Übergang über den DNJ-Straße 27. bis 29. Juni Schlacht an der Gnila Lipa 30. Juni bis 4. Juli Verfolgung zwischen Gnila Lipa und Selotelipa 5. bis 16. Juli Verfolgungskämpfe an der galizisch-polnischen Grenze 16. bis 18. Juli Durchbruchsschlacht von Krasnostow 19. bis 28. Juli Kämpfe im Anschluss an die Durchbruchsschlacht von Krasnostow 29. bis 30. Juli Durchbruchsschlacht von Biskupais 31. Juli bis 19. August Verfolgungskämpfe von Vipsch bis zum Bug 19. bis 20. September Verfolgungskämpfe zwischen Bug und Jasiolda 21. September bis 6. Oktober Zweiter Aufmarsch an der serbischen Nordgrenze 6. Oktober bis 28. November Feldzug in Serbien Ab 28. November Stellungskrieg an der mazedonischen Front 1916 bis 12. Juni Stellungskrieg an der mazedonischen Front 12. Juni bis 7. Juli Stellungskämpfe an der Ströpa zwischen Vosuska und Serret 7. Juli bis 6. August Kämpfe südöstlich Telumatsch 7. August Schlacht bei Telumatsch 8. bis 13. August Kämpfe östlich und nördlich Stanislaw 13. August bis 1. September Stellungskampf an der Beistertschöker 2. bis 8. September Erste Schlacht an der Narajowka und Selotelipa 9. bis 10. September Stellungskämpfe an der Narajowka zwischen Narajowka und Selotelipa und an der Senjoka 11. bis 15. September Reserve der OHL 16. September bis 24. Oktober Stellungskämpfe vor Riga Ab 25. Oktober Stellungskämpfe vor Jakobstadt 1917 bis 22. September Stellungskämpfe vor Jakobstadt 23. September bis 28. Oktober Stellungskämpfe von Kreuzburg-Kockenhusen 28. Oktober bis 4. November Transport nach dem Westen Ab 5. November Stellungskämpfe bei Reims 1918 bis 31. März Stellungskämpfe bei Reims 1. bis 7. April Große Schlacht in Frankreich 7. April bis 25. Mai Kämpfe an der AVE und bei Montedir und Neuillon 27. Mai bis 13. Juni Schlacht bei Soassange und Reims 14. Juni bis 4. Juli Stellungskämpfe zwischen Euse, Eisney und Manne 5. bis 15. Juli Stellungskämpfe westlich Soassange 15. Juli bis 7. August Kämpfe an der AVE und Matz 8. August bis 3. September Abwehrschlacht zwischen Somm und Euse 4. bis 18. September Kämpfe vor der Siegfriedfront 19. September bis 9. Oktober Kämpfe in der Siegfriedfront 10. Oktober bis 4. November Kämpfe vor und in der Hermannstellung 5. bis 11. November Rückzugskämpfe vor der Antwerpen Mars Stellung Ab 12. November Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat Gliederung Pionierkompanie Nr. 209 5. Eskadron Jägerregiment zu Pferde Nr. 4 1. Bataillon 1 Westpreußisches Fußartillerie-Regiment Nr. 11 Pionierbataillon Nr. 105 Divisions Nachrichten Kommandeur Nr. 105 Kommandeure Bekannte Divisionsangehörige 1. Bataillon 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 1